Du hast die Power, dein Leben zu verändern. Du hast die Power, deine Träume und Ziele zu erreichen, wenn du anfängst, Ja's deinem Leben zu sagen. Nur du kannst an deinen Träumen arbeiten. Nur du kannst an dich glauben. Jeder, den du machst, jedes Mal, wenn du niedergeschlagen worden bist, lernst du das zu und weißt, wie du es beim nächsten Mal nicht machen darfst. Wenn du dein Leben verändern möchtest, musst du eine Entscheidung treffen und daran arbeiten, bis du es erreichst. Wenn du an dein Traum arbeitest, werden Sachen passieren, die nicht passieren sollten. Lass dich davon nicht abhalten, an dein Traum zu arbeiten. Als welche Person möchtest du in Erinnerung bleiben? Als Person, die nie aufgegeben hat und immer getämpft hat oder als Person, die aufgegeben hat und nie versucht hat? Es wird nie den perfekten Zeitpunkt gehen. Du musst den Moment nehmen und ihn perfekt machen. Die drei Sachen musst du behandeln, um deinen Traum zu leben, an dich zu glauben, nie aufzugeben und immer 120% zu geben. Die drei Sachen musst du behandeln, um deinen Traum zu leben,